Wer kennt nicht diesen Gedanken, was wäre gewesen, hätte ich damals. Diese was-wäre-wenn-Gedanken hat wohl jeder von uns mal gehabt. Ja, aber was ist, wenn man die wirklich relativ oft hat? In welchen Bereichen kann man die haben? Wie können die aussehen? Ich habe einige praktische Beispiele für euch. Ja, was für Probleme können da aber auch ausresultieren? Wo kommen die Gedanken, auch wenn man sie sehr oft vielleicht hat, mitunter vielleicht auch her? Ja, wie ist das eigentlich bei extrem krankhaften Narzissten? Warum befeuern die mitunter beim Gegenüber auch diesen ständigen was-wäre-wenn-Gedanken? Ich habe am Ende natürlich auch einige Tipps, wenn ihr sagt, hey, ich möchte gar nicht mehr so oft, was wäre wenn? Und ach, damals hätte ich nur denken, sondern ich möchte jetzt leben und jetzt meine Träume so ein bisschen auch leben. Ich habe einige Tipps für euch und natürlich am Ende auch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie. Schön, dass du da bist. Ich bin jetzt auch wieder da. Ich bin ja im Urlaub gewesen. Und ja, wenn es euch interessiert, wo ich gewesen bin und was ich da alles gesehen habe, ich war nämlich auch sehr viel unter Wasser mit der Unterwasserkamera, dann schaut gerne bei Instagram vorbei. Und in meinen Storys könnt ihr das dann euch nochmal alles anschauen. Ja, ich bin jetzt erholt wieder zurück. Eure Kommentare werde ich in Kürze auch alle beantworten. Ja, aber dieser was-wäre-wenn-Gedanke, der hätte mir im Urlaub vermutlich auch echt nicht gut getan, weil dann hätte ich ja überhaupt gar nicht die Zeit vor Ort genießen können. Und das ist oftmals, komme ich auch später darauf, eine Auswirkung dessen, dass man sich, wenn man sehr oft in diesem was-wäre-wenn lebt, ja, gar nicht so richtig entspannen kann und im Hier und Jetzt ist. Aber jetzt erst mal so ein paar Beispiele und Bereiche, wie ich finde, in denen man diese Gedanken oftmals hat. Wenn ihr jetzt auch selber noch Ideen habt oder auch echt genervt seid von diesen Gedanken, die euch da kommen, ja, total gerne, schreibt es unten in die Kommentare. Ja, natürlich der Bereich Liebe. Vielleicht hat man einen Typen kennengelernt, total klasse, ihr habt euch öfter gedatet und ihr hattet dann so eine Diskussion. Da ging es irgendwie um Freundschaften und an einem Abend, ja, und danach war irgendwie, ihr hattet eine sehr klare Position auch und danach war irgendwie alles nicht mehr so richtig wie vorher. Er konnte es euch überhaupt gar nicht erklären, er meldete sich irgendwie weniger und irgendwann war er nicht mehr erreichbar. Ja, bei euch im Gedanken ist dieser Typ aber irgendwie nie so richtig weggegangen. Ja, ihr denkt euch die ganze Zeit, was habe ich falsch gemacht? Woran liegt das? Was wäre gewesen, wenn ich dieses Thema nicht angeschnitten hätte, hätte ich mich dort vielleicht anders verhalten? Das kann so im Kleinen sozusagen sein. Es kann aber auch sein, dass ihr eine Beziehung gehabt habt über längere Zeit, vielleicht eine Fernbeziehung. Ja, und irgendwie war es auch immer so, dass eure Freundin euch da auch immer gesagt hat und gesagt hat, ja, du, wenn wir erst mal zusammenleben, wenn du erst mal hier zu mir herziehst, dann wird das auch noch mal viel einfacher für uns. Und dann, ja, dann ist für euch aber das Problem gewesen, ihr habt einen Job gehabt und ganz so leicht ist es mit dem Umziehen einfach nicht gewesen. Und sie hat aber von euch verlangt, dass es alles relativ schnell gehen sollte. Das konntet ihr einfach in dem Moment nicht so umsetzen. Ja, und dann hat sie sich nicht mehr Schluss gemacht und sich nie wieder gemeldet. Und das lässt euch vielleicht gar nicht mehr los. Diese Frau, ständig denkt ihr an sie und, ja, ihr seid heute vielleicht sogar verheiratet habt. Kinder, aber trotzdem diese Geschichte, ja, was wäre gewesen, wenn ich damals nur mal mehr Mut gehabt hätte, zu ihr gezogen wäre. Vielleicht hätte ich heute ein ganz anderes Leben. Mein Leben jetzt ist okay, aber so richtig erfüllt fühlt sich das irgendwie für mich nicht an. Ja, oder man hat vielleicht auch eine Affäre gehabt. Ihr habt mit einem Typen eine Affäre gehabt, längere Zeit. Der hatte eine Freundin und er hat euch gesagt, ja, ich werde mich schon trennen. Ja, und dann ist es aber so, dass er sich eben nicht trennt und ihr irgendwann dann Schluss macht. Aber dieser Typ geht euch nicht aus dem Kopf. Ja, und er meldet sich auch immer so alle paar Monate mal wieder und immer in Momenten, ja, wo ihr denkt, Mensch, es wäre jetzt schön, wenn jemand an meiner Seite wäre. Aber so richtig findet ihr da irgendwie nicht mehr zusammen. Mittlerweile wohnt er auch in einer anderen Stadt und es sieht so aus, als würde euer Leben einfach so weiter verlaufen. Aber ihr erträumt euch sehr, sehr oft, wie es denn verlaufen wäre, wenn ihr mit diesem Typen heute so richtig zusammen wehrt. Es kann auch im Job sein. Es kann auch sein, dass ihr euch permanent, ihr habt irgendeine Ausbildung gemacht im sozialen Bereich, aber euer Interesse ist eigentlich im künstlerischen Bereich. Es liegt euch eigentlich viel mehr. Und so, ja, erträumt ihr euch eigentlich sehr oft auch, dass ihr denkt, wow, das wäre so schön, wenn ich jetzt hier im künstlerischen Bereich was machen könnte, wenn ich mein Nähen, ich nähe ja so gerne, mein Nähen jetzt wirklich zum Beruf machen gemacht hätte. Ich wäre eine großartige Näherin wahrscheinlich geworden. Ich wäre heute glücklich. Und ja, ihr träumt euch immer in diese Welt zurück, aber habt einen ganz, ganz anderen Job. Oder auch der Vorwurf an euch, das hätte ich mal nur Abitur gemacht, irgendwie habe ich nur eine Ausbildung gemacht. Und auch dieser Vorwurf, quasi der Selbstvorwurf, lastet da auf euch und ihr fantasiert euch ständig eine andere Welt in dem Bereich. Es kann aber auch komplett im Alltag sein. Es können auch Situationen sein, dass ihr ja ständig andere Optionen einfach durchdenkt. Ihr trefft eine Entscheidung, beispielsweise geht es darum, wollt ihr euch irgendwie eine Eigentumswohnung kaufen, wollt ihr euch keine Eigentumswohnung kaufen. Ihr entscheidet euch irgendwie dagegen. Ja, und denkt aber die ganzen nächsten Jahre darüber nach, wie es denn gewesen wäre, hättet ihr diese Eigentumswohnung auch gekauft. Überdenkt, durchdenkt diese Option, obwohl ihr euch damals anders entschieden habt. Aber ständig kommt, das wird es wieder präsent, auch gerade dann, wenn andere Leute diese Themen einfach auch ansprechen. Oder ihr macht euch vielleicht auch Vorwürfe, ja, dass ihr heute seid, heute vielleicht etwas korpulenter und sagt euch, ja, Mann, damals hätte ich mehr Sport irgendwie gemacht. Was wäre, wenn ich damals schon, meine Mutter mich schon mehr zum Sport geschickt hätte? Und so durchdenkt ihr auch immer, immer mehr Optionen. Das kann man mal machen. Das hat sicherlich jeder von uns auch mal gemacht. Und es gibt sicherlich auch noch ganz, ganz viele Beispiele mehr. Ja, aber es kann auch so sein, dass man das wirklich sehr, sehr oft macht. Und dass diese Gedanken richtig viel Zeit fressen. Und das mal mitunter, was ich euch eben auch sagte, mit dem im Urlaub Schnorcheln und Fische gucken, dass man immer wieder solche Gedanken einfach bekommt. Und dann auch gar nicht im Hier und Jetzt mitunter ist, sondern ständig durchgrübelt, was wäre denn gewesen, wenn, ach, hätte ich doch nur etwas anderes entschieden. Und das ist vielleicht permanent in eurem Kopf. Es gibt witzigerweise, als ich das Skript geschrieben habe, musste ich an ein Buch denken, was ich vor wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel, Jahrzehnten mal gelesen habe von Max Frisch. Mein Name sei Gantenbein. Da geht es tatsächlich um diese Optionen, diese Was-wäre-wenn auch irgendwie. Und das ist natürlich ganz schön, auch mal seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Aber es kann einen ganz schön hindern. Ich komme auch gleich daraus, was für Probleme kommt. Aber was können für Probleme entstehen, wenn man eben sehr, sehr häufig vielleicht im Extrembereich auch diese Gedanken hat? Ich habe ein paar Punkte für euch zusammengestellt, sieben sind das. Ja, Probleme sind, dass man manche Dinge vielleicht gar nicht so sieht, wie sie wirklich sind. Entscheidungen sind ja, wenn man jetzt eine Beziehung zum Beispiel fortschritt, was ich euch eben gesagt habe, das sind ja nun keine Hauruck-Entscheidungen, ob jetzt A zu B zieht. Und da muss man natürlich auch sich gemeinsam unterhalten und überlegen, wie man das gemeinsam hinbekommt. Das hat ja nichts mit Pistole auf die Brust, jetzt zieh mal schnell irgendwie hierher. Ja, und mit einem gesunden Gegenüber kann man eben auch reden. Und da entwickeln sich Beziehungen, wie ich es euch eben gerade beschrieben habe. Und das hat man vielleicht mitunter aber auch gar nicht gelernt. Und da fangen die Probleme auch vielleicht sogar an. Es ist eben auch so, dass man manchmal eben Entscheidungen trifft, die man als gut empfindet, auch noch später. Es gibt auch Entscheidungen, die man an der Situation trifft, die einfach nicht so gut sind. Um da aber hinterzustehen, braucht man eben auch einen entsprechenden Selbstwert. Und das ist vielleicht auch etwas, woran es einem dann mangelt, wenn man es vielleicht nicht so richtig hat. Ja, und dann wird es natürlich problematisch, weil man dann anfängt, vielleicht sich selber als Schuldigen zu suchen, sozusagen für diese verdammt schlechte Entscheidung, wie man denkt im Nachhinein, getroffen hat. Und dann fängt man vielleicht an, sich in diesem Was-wäre-wenn-Gedanken auch zu pflichten. Dann könnte es sein, dass man ein Problem bekommt, und zwar mit der eigenen Lebenszeit, sozusagen Lebensfreude auch. Denn wisst ihr, das Träumen und dieses Was-wäre-wenn, das kostet verdammt viel Zeit. Damit meine ich nicht, sich mal hinzusetzen, mal Ideen und Visionen für sich selber sich anzuschauen, und wie man die auch erreichen kann. Aber wenn man sich ständig in Fantasien nur denkt und immer nur sich etwas erträumt, aber nichts macht, und es auch vielleicht nicht realistisch ist, dann wird es natürlich auch schwierig. Und man vergaloppiert sich, habe ich es hier genannt, in Geschichten sozusagen. Wenn da jemand ist, der euch so etwas erzählt, ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte, wenn man so eine Affäre hatte mit jemandem und der einem erzählt, dass er Schluss macht, ja, aber wenn derjenige es nicht macht und man immer noch ein bisschen Kontakt hat, aber nichts passiert, ja, dann kann man sich da sehr vergaloppieren, wenn man sich da Jahre, Jahrzehnte vielleicht irgendwie reindenkt, das aber nicht der Realität entspricht. Man kann, es kann auch problematisch sein, wirklich merkwürdige Erklärungsmodelle für sich selber irgendwann erfinden, sozusagen, um diese Was-wäre-wenn-Gedanken auch aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel so, wenn man sehr schicksalsbehaftet oftmals, ist ja keine Strafe des Schicksals auch, ja, dass ich jetzt hier alleine bin und keinen Partner an meiner Seite habe. Also, es kann sein, wenn man sehr, sehr stark in die Richtung denkt, dass man dadurch echt irgendwie Probleme bekommt und dass man dadurch auch gehemmt ist, gar nicht aktiv zu handeln, weil man eben dauernd diese Schicksalsgeschichten im Kopf hat. Man verliert vielleicht auch, das kann auch sehr problematisch werden, wirklich einen Blick auch einfach für die Realität. Es gibt diesen Spruch, ja, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und wenn man natürlich sein ganzes Leben nur träumt, dann zieht vieles an einem vorbei. Wie gesagt, es ist gut, Visionen zu haben, Ziele und auch mal rumzuträumen. Hey, wer macht es nicht gerne? Aber man muss trotzdem aufpassen, die gesunde Dosis da für sich auch zu finden. Denn man ist eben im Jetzt und Hier. Und wenn man die ganze Zeit nur rumträumt, ist man halt überall anders, aber nicht im Jetzt und Hier. Ja, aber woher kommt das überhaupt? Woher kommt das, dass man so blöd die ganze Zeit in diesen Was-wäre-wenn-Gedanken rumsurft? Dass man sich rum befindet? Ich habe da ein paar Punkte mal für euch zusammengestellt. Es kann zum einen dieses schicksalshafte Denken einfach auch haben. Das ist eine Vorbestimmung, das ist eine Ursache, dass man irgendwie sich da rein so verfrickelt. Das nächste kann sein, echt auch ungesund, krankhaft, extrem narzisstische Eltern, die man hat. Ein Elternteil, vielleicht wenn es blöd gelaufen ist, sogar beide. Narzissen, ich komme da gleich noch drauf, die träumen wahnsinnig viel. Die fantasieren unglaublich viel rum. Und es kann sein, dass eure Eltern euch sehr viel Kram erzählt haben. Sehr viele Sachen, damit ihr quasi auch mitmacht. Ja, so fantasiert haben. Ja, wenn du jetzt etwas mehr verzichtest in der Kindheit, dann wird es uns allen später besser gehen. Du wirst doch auch etwas davon haben. Und haben vielleicht wirklich komische Vorstellungen, unrealistische Vorstellungen gehabt. Und eure Mutter hat euch vielleicht auch die ganze Zeit erzählt, ach ja, damals diesen einen Mann, den ich da kennengelernt habe. Also hätte ich den, der hätte mich auch wahrscheinlich geheiratet, aber ich konnte es damals nicht besser entscheiden. Und ihr seid in dieser Fantasiewelt quasi groß geworden. Dann habt ihr es vielleicht für euch als ein Tool mitgenommen. Denn, und da kommt das nächste nämlich, ihr könnt, vielleicht wenn ihr so ein Kindheit hattet, war die wahrscheinlich relativ emotionslos und relativ grausam auch einfach. Man muss als Kind dann in dem Fall überleben. Eine Möglichkeit ist eben, sich in diese Was-wäre-wenn-Fantasiewelt auch einfach zu pflichten, um klarzukommen. Das ist als Kind eine Überlebensstrategie. Aber das Problem ist, irgendwann muss man dann halt da raus. Sonst lebt man halt permanent in dieser Fantasie. Und dann wird es schwierig. Und den Absprung, wenn man den nicht bekommt, dann kann es eben sein, dass man da wirklich so ein bisschen, ja, verrennt quasi auch in diesen ständigen Was-wäre-wenn-Gedanken. Dann kann dazukommen, man kann auch eine falsche Vorstellung einfach von Beziehung haben. Wenn ihr jetzt nicht gelernt habt, wie gesunde Beziehungen funktionieren, schaut euch da gerne auch ein Video an, habe ich euch hier oben und unten auch verlinkt, dann kann es sein, dass man so an märchenhafte Entwicklungen glaubt, ja. Dieses schicksalhafte, nach Jahren meldet er sich plötzlich wieder und ihm fällt ein, ich bin ja doch ganz toll, ja. Solche Sachen. Oder plötzlich wird man auf der Arbeit entdeckt und befördert zum Management. Das sind so Sachen, das kann sein, dass man da einfach, wie gesagt, das nicht vernünftig gelernt hat. Dann sich vielleicht auch, also ich meine, jeder von uns guckt echt gerne mal einen Liebesfilm. Je kitschiger, umso besser, je extremer manchmal auch umso besser. Aber man muss natürlich auch sehen, das sind Filme. Und eine gesunde Beziehung sieht oftmals einfach so auf, dass sie wachsen muss und dass sie natürlich einfach auch nicht so läuft, wie ich es euch eben gesagt habe. Man will zusammenziehen, man lebt in unterschiedlichen Städten und dann will der eine nicht von heute auf morgen seinen Job verlassen. Ja, ist ja wohl verständlich. Da muss man einen Weg zusammenfinden. Und das ist so etwas, was vielleicht dann zum Problem auch werden kann, dass man dann eben anfängt, immer so zu denken in diesen komischen Märchenfilmen, die einfach aber nicht der Realität entsprechen. Dann, habe ich eben gesagt, schicksalshafte Begegnung, Anrufe nach Jahren, sowas zählt da auch rein. Schaut euch gerne noch mal ein Video an hier oben, hier unten auch verlinkt. Und man glaubt vielleicht auch, dass man, dass Menschen plötzliche Wandlungen vollziehen und plötzlich ganz anders sind. Das suggerieren sie einem vielleicht auch, komme ich gleich noch drauf. Und auch das kann natürlich problematisch sein. Dann kann es auch sein, dass es daher kommt, dass man irgendwie immer schuld ist, sozusagen. Wenn ihr aus solchen Elternhäusern kommt, hat man oftmals dieses Schuldigkeitsgefühl permanent. Und man ist schuld, dass man eine gewisse Entwicklung nicht in eine oder die andere Richtung gebracht hat, sozusagen. Man ist schuld daran, dass sich der Typ nicht mehr gemeldet hat. Dabei, wer weiß, ja, wer weiß, woran es gelegen hat, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Er hat ja auch mit euch reden können. Aber das sind so Sachen, die, ja, die können da auch mit reinspielen. Dann kann es auch eine Resignation sein. Eine Resignation im Jetzt und Hier. Seid vielleicht so unglücklich mit eurer jetzigen Situation, wenn ihr es euch wirklich anguckt, dass ihr einfach nur ständig diese Was-wäre-wenn-Gedanken habt, um, passt auch zu diesem, was ich euch eben gesagt habe, ne, mit der Kindheit, um da irgendwie auch klarzukommen. Dann kann es sein, dass ihr einen geringen Selbstwert mitunter habt. Und da kann das auch so eine Brücke geben, dass ihr eine Entscheidung trifft. Dann können die Entscheidungen sich nach drei Monaten als gut und auch als schlecht herausstellen, sozusagen. Und zu sagen, oh, nicht so gute Entscheidung gewesen. Hey, aber so ist das nun mal. Und wenn man so eine Entscheidung steht, dann muss man auch Selbstwert haben und sagen, hey, das war in dem Moment so, das ist in Ordnung. Und es kann sein, dass man das vielleicht nicht so richtig erträgt dann in dem Moment und sich dann lieber an diese Was-wäre-wenn-Gedanken auch flüchtet. Und es ist natürlich auf den ersten Blick, sage ich euch auch bewusst, viel leichter manchmal in diesem Was-wäre-wenn-Sachen zu leben, weil da kann man ja viel reininterpretieren und viel Schönes sich einfach ausdenken. Und es ist natürlich manchmal härter als eine gewisse Realität, die man einfach hat. Krankhafte, extreme Narzissen und dieser Was-wäre-wenn-Gedanke beim Gegenüber, warum passt das blöderweise auf ungesunde Art dann doch irgendwie zusammen? Ich habe euch ein paar Punkte zusammengestellt. Im Bereich der Liebe. Ihr wisst ja, wenn es so einen extremen, krankhaften Bereich geht, diese Menschen, die erzählen einem wirklich blumige Geschichten, was nicht alles möglich ist. Wenn man die Zukunft zusammen erlebt, wo man leben wird, wie man leben wird, welche gemeinsamen Zukunftspläne er oder sie auch in dem Moment hat, ja, dann fällt das natürlich bei Menschen, die sehr oft in dieser Fantasiewelt, in dieser Was-wäre-wenn-Fantasiewelt auch leben, auf fruchtbarem Boden. Und dann fehlt manchmal natürlich auch der Bezug zur Realität, dass das vielleicht auch Fantasien sind, die nicht so richtig Gehalt haben. Ja, weil da seht ihr, da passen blöderweise wirklich zwei Sachen auch einfach zusammen. Dann kann es auch sein, dass dieses Ach, so Sätze wie, ach, ich würde ja so gerne. Ach, du musst mir einfach nur, ich brauche einfach nur Zeit, um mich zu ändern. Und dann fängt das vielleicht auch an meinem Gegenüber. Ach ja, wenn er sich jetzt ändert, wenn sie sich jetzt ändert, wenn sie nicht mehr so extrem abwertend zu mir manchmal ist, wenn sie mich da auch anschreit zu Hause, sie will sich ja auch bessern, dann wird es total schön. Und so fantasiert ihr mitunter rum, und da komme ich auch gleich noch drauf, verliert aber vielleicht auch den Blick zur Realität. Kann auch sein, dass dieses Verhalten, diese Fantasiererei einfach, wenn ihr das von zu Hause kennt, auf extrem fruchtbarem Boden fällt, einfach auch bei späteren Partnern, auch bei Freundschaften oder im Job, schaut euch gerne mein Video zum Thema Wiederholungszwang an, hier oben, hier unten auch, dass man da so ein bisschen, ja, immer wieder das gleiche Programm fährt und überhaupt gar nicht merkt, warum man das macht. Es ist natürlich auch so, dass Extreme und Krankheit für Narzissten eben Lügengeschichten einfach extrem oft erzählen, und sie schwelgen dann nicht selten auch selber an eigenen Geschichten, bei denen sie, ja, bei verdeckten Narzissten sehr oft die Opferrolle einnehmen, oder eben darüber Fantasien über grenzenlosen Erfolg und über auch Macht teilweise und sich da aber auch wirklich völlig verrennen und mitunter einen extremen Realitätsverlust haben. Also da sind auch Was-wäre-wenn-Gedanken, aber die sind wirklich dann extrem manchmal auch in diesem Grandiosität Erfolg, solche Fantasien einfach, ja. Ja, was sind meine Tipps für euch? Ich habe insgesamt acht für euch zusammengestellt und dann kommen natürlich die drei Fragen. Das allererste, ich finde, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, einfach Dinge zum einen zu klären. Das heißt, wenn es da irgendwie einen Typen, eine Frau gibt, die sich da irgendwie alle Jubeljahre mal meldet, wo man so rumfantasiert, ja, dann vielleicht mal die Realität auch zu checken. Ob man es jetzt irgendwie anspricht dann auch, ja, und dann einfach auch mal sieht, wie die Realität ist. Ist es vielleicht jemand, der einfach nur irgendwelche Fantasiegeschichten erzählt oder steckt hinter diesen Sachen wirklich was dahinter und folgen auch wirklich Taten? Denn dann kann man ja wirklich auch schauen, wie sieht die Realität denn eigentlich aus und wie ist es denn eigentlich? Vergeude ich hier vielleicht auch mit diesen Fantasien enorm meine Zeit? Denn man kann die Zeit natürlich besser nutzen, indem man mal schaut, wieso träume ich mich da rein und wieso bin ich auch vielleicht unzufrieden mit meiner jetzigen Situation? Die Realität zu checken kann echt unbequem auch einfach sein und die kann auch wehtun. Also es ist natürlich unangenehm vielleicht auch. Hat einen das über Jahre, Jahrzehnte aufrechterhalten, dass man irgendwie an einen Typen, eine Frau gedacht hat, ja, an eine Karrierechance, aber jetzt vielleicht auch sieht, das wird nichts. Dann ist das vielleicht erst mal nicht schön. Und das hat einem vielleicht auch eine Zeit lang so über den Berg geholfen, aber es ist vielleicht besser, dann auch zu sagen, hey, ich muss jetzt mal an der Realität ankommen und muss das jetzt vielleicht für mich auch mal klären und ablegen. Es kann, wie gesagt, enttäuschend sein, wenn ihr euch da Jahrzehnte vielleicht reingedacht habt, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es liegt da eine Riesenchance. Ich habe was Tolles gefunden von dem Grant Hilary Brenner, der ist Psychiater und Psychoanalytiker, hat einen Artikel bei Psychology Today veröffentlicht, schaut gerne hier unten und auch auf meinem Blog und der hat was total Tolles geschrieben. Er hat gesagt, das Prinzip Hoffnung sollte man Schritt für Schritt der Realität angleichen. Denn Hoffnung, immer nur Hoffnung zu haben, das ist mitunter auch echt gefährlich und falsche Hoffnung birgt uns im besten Falle, bringt uns im besten Falle echt in die falsche Richtung und ist im schlimmsten Falle vielleicht sogar auch bösartig und tut uns vielleicht auch einfach überhaupt gar nicht gut. Was ich euch eben gesagt habe, Bösartigkeit, krankhaft narzisstische Eltern, Bösartigkeit, extreme krankhaft Narzissen, die einem irgendwie das blaufe Himmel erzählen und rumlügen. Das ist dann bösartig. Also Hoffnung an sich ganz gut, aber es muss schon auch alles einen Realitätsbezug auch haben. Ansonsten läuft man einer Sache hinterher, die absolut nicht machbar ist und das ist vielleicht auf Dauer auch einfach für einen selber, nicht unbedingt gesund und macht dann auch nicht glücklich. Und er sagt, das fand ich so schön, nehmen Sie die Wahrheit in sorgfältigen, abgestimmten Dosen mit einem vertrauenswürdigen Verstand als Behälter und Leitfaden und warten Sie, bis Sie eine Antwort erhalten, bevor Sie einen weiteren Schluck nehmen. Das heißt, Schritt für Schritt mal zu gucken, wo man vielleicht sich dann irgendwas reindenkt, gedacht hat, längere Zeit auch mitunter schon und da mal zu gucken, okay, jetzt mal der Realität hier mal in jeder Form auch so ein bisschen ein Stück entgegenkommen. Dann sich nicht immer alles schönreden, aber die Zukunft einfach auch positiv zu sehen, auch die realistische Zukunft positiv für sich zu sehen und nicht sich in etwas zu flüchten, wie mit der Partnerschaft und aus der Angst heraus, das wird sowieso alles gar nichts. Jetzt das Ändern, was einem nicht passt, denn das kann man. Das habe ich als nächsten Punkt aufgeschrieben und das ist auch so wichtig. Schaut euch vielleicht echt auch die Ursachen an, Ursachenforschung. Warum träumt man so viel? Ist man vielleicht überhaupt gar nicht glücklich in irgendwelchen Bereichen? Nimmt man das eigene Leben vielleicht auch selber nicht so richtig in die Hand? Das ist unbequem, aber es kann einem sehr, sehr helfen, eben auch in der Realität so ein bisschen näher zu kommen. Bei welchen Themen flüchtet man vielleicht auch her und ist es vielleicht auch manchmal so ein Gedanke, dass man sagt, ja, ach, das war vielleicht eine Strafe, ja, das Schicksal. Und solche Gedanken vielleicht auch für sich selber abzulegen, um auch so ein bisschen entspannter zu werden. Dann vielleicht auch zu gucken, so als Stichwort, das eigene Problem mit Nähe. Hat man vielleicht auch mit Nähe so ein bisschen ein Problem, ist natürlich leichter, wie gesagt, sich irgendwo reinzudenken als eine Person. Dann durch Konfliktsituationen, durch Sachen, aber auch, die man abspricht, wo man sich einigt, da auch einfach nahe zu kommen. Jetzt noch drei Fragen, die du dir selber stellen kannst. Das Erste ist, hast du manchmal, was wäre, wenn, Gedanken? Das Zweite ist, in welchen Bereichen hast du diese Gedanken? Und das Dritte, wie wäre es vielleicht morgen schon mal mit dem ersten Realitätscheck dieser Gedanken zu Beginn? Ja, meine Lieben, das war mein Video zu dem Thema. Wenn ihr da vielleicht noch mal so ein paar Tipps braucht, auch gerade vielleicht zum Thema Realitätscheck, wie soll man die ganze Sache eigentlich angehen? Kein Problem. Dann könnt ihr mit mir telefonieren, geht auf meinen Blog, www.narzissmus-verstehen.de und dann könnt ihr mit ganz wenigen Klicks einen telefonischen Termin, bin jetzt ja auch wieder da, buchen. Ansonsten wünsche ich euch eine zauberhafte Woche. Es ist ein bisschen kalt geworden, ihr werdet es nicht glauben, ich habe zu Weihnachten einen Neoprenanzug bekommen. Das heißt, ich kann jetzt auf meinen SUP steigen und kann jetzt auch bei der Kälte durch die Gegend fahren. Also wenn ihr auch mal unterwegs seid in Berlins Gewässern und ihr seht mich, winkt gerne, ich winke euch total gerne auch zurück. Wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.